Ich habe diese Predigt heute überschrieben mit Pfingsten, das Erbe antreten. Und einige von euch denken sich, der Christ ist etwas spät dran mit Pfingsten. Denn vor zwei Wochen haben wir offiziell Pfingsten gefeiert. Aber Pfingsten gehört zu dem wohl unbekanntesten christlichen Fest, das es hier in Deutschland gibt. Ich habe nachgelesen, wenn Menschen auf der Straße befragt werden, was Pfingsten eigentlich ist, dann können ganz viele mit dem Pfingstfest überhaupt nichts anfangen. Also man weiß vielleicht noch irgendwas über Weihnachten und man kann auch irgendwas über Ostern sagen, mit dem Osterhasen. Aber, das habt ihr schon nicht verstanden, aber was Pfingsten wirklich ist als christliches Fest, das ist doch relativ unbekannt. Und so wollte ich, als wir vor zwei Wochen Pfingsten miteinander gefeiert haben, auch in unserem eigenen Haus mal eben nachschauen, ob wir denn als Familie denn alle so wissen, was das Pfingstfest eigentlich ist. Und so bin ich runtergegangen bei meinen Jungs und habe bei meinem Jüngsten mal nachgefragt, Cedric, was ist eigentlich Pfingsten? Also stellt euch vor, Pastorenhaushalt Sonntagmorgen. Ich gehe runter ins Kinderzimmer und frage Cedric, was ist denn Pfingsten? Und der Cedric schaut mich mit dieser berühmten Denkerpose an, die nur er hat, und legt die Hand so etwas ins Gesicht und sagt, hm, hat das was mit dem Nikolaus zu tun? Also wenn sich das sogar im Pastorenhaushalt noch nicht so ganz rumgesprochen hat, was Pfingsten eigentlich ist, spüre ich in mir so einen gewissen Bildungsauftrag, tatsächlich über Pfingsten zu reden. Und diesen Monat habe ich so ein bisschen umgeändert von unserer Predigt-Serie, weil ich gerne mit euch über dieses Thema sprechen will. Was ist Pfingsten eigentlich? Pfingsten als die Geburtsstunde der Kirche? Und ganz viele wissen eigentlich nicht, was genau dahinter steckt, was das mit unserem Glauben und tatsächlich auch mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Und als Eingangsfrage möchte ich euch diese folgende Frage stellen. Habt ihr schon mal etwas geerbt? Habt ihr schon mal etwas geerbt? Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer schon mal etwas geerbt hat? Uh, ich sehe einige vereinzelte Hände. Tatsächlich habe ich nachgelesen vorletzte Woche in einem Zeitungsartikel, dass in Deutschland jeder Sechste schon einmal geerbt hat. Und in diesem Zeitungsartikel stand sogar weiter drin, dass dieses Jahr in Deutschland 260 Milliarden Euro vererbt werden. In Deutschland alleine 260 Milliarden Euro vererbt werden. Wir befinden uns im Jahr der Erbschaft, so laut diesem Zeitungsartikel. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, woher wissen die eigentlich so genau, wer dieses Jahr eigentlich stirbt? Also welche Insider-Informationen haben die denn, dass die genau wissen, wer dieses Jahr alles stirbt? Aber tatsächlich hat man ausgerechnet, wir befinden uns immer mehr in einem Land, wo Erbe weitergegeben wird. Was auch damit zu tun hat, dass wir im Grunde die Nachkriegsgeneration so langsam verlieren. Viele, so steht in dem Artikel drin, viele, die im Grunde den Krieg, den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, sind irgendwie, weil sie alles verloren haben, weil Haus und Hof weg waren, weil auf einmal die Währung entwertet worden ist, sind zu Sparern geworden. Haben versucht zu Horten und Vermögen anzuhäufen. Und so langsam stirbt diese sparsame Generation, die etwas aufgebaut hat hier in Deutschland aus, und vererbt im Grunde weiter an die nächste Generation oder die übernächste Generation das, was sie aufgebaut haben, so im Laufe unseres Lebens. Tatsächlich erbt laut Statistik immer jeder Sechste inzwischen in Deutschland mehr als 100.000 Euro. Jeder Sechste in Deutschland. Ich dachte, vielleicht ziehen wir mal gerade durch, um mal herauszufinden, wer hier heute alles mit dabei ist. Aber jeder Sechste erbt tatsächlich mehr als 100.000 Euro. Ein absoluter Wahnsinn. Und eine ganz neue Herausforderung für eine junge Generation. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir auf einmal ein Erbe antreten? Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal und bisher einzigen Mal geerbt habe. Und zwar war das, als ich Student war. Meine Frau, wir hatten früh geheiratet, war schon eingestiegen in das Arbeitsleben, aber ich war noch im Grunde Student zu Hause. Und auf einmal haben wir die Nachricht bekommen von Andreas Opa, dass er gestorben ist. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht irgendwie Großverlust in der Familie miterlebt, hatten noch nie einen Todesfall. Und das war das erste Mal, dass wir das irgendwie so hautnah miterlebt haben, jemanden Angehörigen, den wir kannten, mit dem wir Familienfeste gefeiert haben, auf einmal verloren haben. Andreas Opa, ursprünglich in Thüringen lange Jahre Bürgermeister von einem kleinen Ort gewesen, ist zum Ende seines Lebens hoch nach Stralsund gezogen zu Andreas Eltern und hat dort die letzten Jahre verbracht. Und auf einmal kam die Nachricht. Und ich sage mal so, es war für uns eine schockierende und plötzliche Nachricht. Obwohl wir uns innerlich schon so eine Weile darauf vorbereitet hatten und wussten, es geht ihm im Grunde nicht gut. Und wenn der Tod dann eintritt, ist es doch irgendwie immer plötzlich. Dann ist es doch irgendwie immer auch ein Schock für die Familie. Auf einmal ist der Mensch, den man geliebt hat, nicht mehr da. Auf einmal ist der Mensch, der im Grunde auch das Familienleben mitgestaltet hat, nicht mehr anwesend. Und so war das für uns auch. Und ich kann mich noch zurückerinnern, wie das im Grunde zum ersten Mal, dieses Gefühl Trauer, sich auch quasi in dem Familienkreis breitgemacht hat. Und mitten hinein in diese Trauer kam dann auf einmal eine Nachricht, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Denn der Opa hatte in seinem Testament wohl festgelegt, dass Andrea und ich, dass wir zusammen etwas erben. Dass wir eine Erbschaft antreten. Und was hatte er reingeschrieben? Sein Auto. Und zwar einen wunderschönen Kia. Damals muss man wissen, gab es Kia. Also Kirche in Aktion noch nicht. Aber Opa hatte im Grunde uns ein prophetisches Erbe ausgeteilt und hat uns schon mal den Kia vererbt. Und ich kann euch sagen, und ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Fahrzeug. Für uns war das auf einmal ein Schock und ein Segen zugleich. Für uns war das, und ihr müsst euch jetzt hier vielleicht ein Ferrari vorstellen oder ein Porsche, da wir Studenten waren oder gerade erst so in unser junges Eheleben gestartet waren. Wir hatten kein Geld und wir hatten auch kein Geld für ein Auto. Und auf einmal die Nachricht zu bekommen, dass wir etwas erben, ohne dass wir irgendwie etwas dafür getan haben, ohne dass wir uns das irgendwie verdient haben, so ein Erbe zu bekommen, haben wir auf einmal die Nachricht bekommen, Ihr habt geerbt, das Opa-Auto, das Auto vom Opa, den Kia. Dieses Bild und diesen Gedanken möchte ich übertragen, wenn ich heute Nachmittag mit euch kurz über Pfingsten spreche. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bildern, um Pfingsten zu beschreiben. Aber ich möchte heute ein Bild herausgreifen, um zu erklären, Pfingsten ist im Grunde wie eine große Erbschaft. Pfingsten ist wie eine Erbschaft. Und zwar, wann erbt man? Man erbt immer dann, wenn jemand gestorben ist. Erst stirbt jemand und dann wird das Erbe ausgeschüttet, ausgeteilt. Und genauso kann man auch den Bericht im Neuen Testament lesen, insbesondere in Apostelgeschichte 2, dass nach der Kreuzigung von Jesus, nach dem Jesus gestorben ist und die Jünger im Grunde noch völlig schockiert sind über den Tod von ihrem Meister, über den Tod von ihrem Rabbi, von ihrem Herrn, mitten hinein in die Verunsicherung, wo sie sich am liebsten zurückziehen wollen, um zu beten, mit niemandem zu reden, wo sie selbst Angst haben. Mitten hinein in diese Situation auf einmal, plötzlich kommt die Nachricht, ihr seid Erben. Ihr habt ein Erbe, das nun ausgeschüttet wird, das nun ausgeteilt wird in euch, die ihr jetzt am Trauern seid. Und das ist die Botschaft von Pfingsten. Ich habe den Kernsatz einmal zusammengefasst für uns, damit ihr alle so ein bisschen wisst, worüber ich heute Nachmittag rede und euch ein bisschen orientieren könnt. Und der Kernsatz dieser Predigt lautet, der Heilige Geist ist als Erbe Gottes in unser Leben hineingegeben. Das ist die Kernmessage von Pfingsten, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes hineingegeben wurde, wie ein Erbe, als ein unverdientes Geschenk, als etwas, das sich niemand erarbeiten konnte, niemand irgendwie einen Anspruch darauf hätte. Auf einmal, plötzlich, bekommen die Jünger, bekommt die Gemeinde, bekommen die erste Kirche im Grunde dieses Erbe ausgegossen, ausgeteilt, als den Heiligen Geist hineingegeben in ihr Leben. Und um das Thema so ein bisschen mehr zu beleuchten, möchte ich euch einige Verse aus dem Neuen Testament vorlesen, und zwar insbesondere aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Epheser geschrieben hat. Apostel Paulus hat später Briefe geschrieben, um zu erklären, was ist da eigentlich schon passiert. Und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Ephesus, um ihnen zu erklären, was sie bereits bekommen haben. Also nicht einen Brief, der ihnen erklärt, was sie nun tun sollen, oder wonach sie sich ausstrecken sollen, sondern einen Brief, um ihnen zu erklären, wer sie sind nun in Christus. Was sie nun erhalten haben, was sie nun geschenkt bekommen haben, welches Erbe sie angetreten haben, indem sie Teil sind der Kirche, indem sie sich angeschlossen haben dieser Bewegung. Ich lese uns vor aus dem Epheserbrief Kapitel 1, dem ersten Kapitel aus diesem Epheserbrief, den der Apostel Paulus geschrieben habe, ab Vers 13. Da heißt es, In ihm seid auch ihr, also in Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Als ihr angefangen habt zu glauben, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, der euch verheißen ist. Welcher ist? Er ist das Unterpfand eures Erbes, unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn man diesen Vers jetzt mal so liest, dann seht ihr dort eine ganze Reihe von, ich sag mal, recht schwierigen oder gewichtigen Worten. Deswegen lasst mich das ein bisschen aufdröseln, was Paulus hier versucht, der Gemeinde, dieser jungen Gemeinde mitzugeben. Als Kontext, der Epheserbrief ist der Brief, den Theologen als den In-Christus-Brief bezeichnen. 26 Mal in diesen vier Kapiteln, die man im Grunde auf zwei Seiten in der Bibel nachlesen kann, beschreibt Apostel Paulus, was für eine neue Identität wir haben, wenn wir in Christus sind. Was für einen Anteil wir haben, an dieser neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur zu sein, wenn wir in Christus sind. Er schreibt in den Versen zuvor, und ich lese uns einfach mal im Grunde stichpunktartig vor, was er uns versucht mitzugeben. Er beschreibt in den Versen 4, dass wir Heilige sind. Er sagt dieser Gemeinde auf den Kopf zu, nun seid ihr nicht mehr Sünder. Sondern in erster Linie seid ihr Heilige. Und ich stelle mir nur vor, wie die im Grunde sich angeschaut haben, gegenseitig und dachten, was? Ich dachte, wir sind Sünder. Paulus beschreibt ihre neue Identität als Heilige. Heilige, die in Christus auf einmal zu Heiligen geworden sind. In Vers 5 sagt er, ihr seid nun Kinder Gottes. Ihr seid nun hineingekommen in eine neue Familie. Nicht nur in eine Blutsfamilie, sondern ihr habt eine neue Familie erhalten. Egal, ob es hier auch Witwen und Waisen gibt. Ihr seid Teil einer neuen Familie. Ihr seid Kinder Gottes. In Vers 7 sagt er, ihr seid Erlöste. Ihr seid nun nicht mehr Gefangene in Schuld und Sünde. Ihr seid nun nicht mehr geplagt, unter Jocht Gefangenen in euren Begierden, sondern ihr seid befreite Menschen. Ihr habt eine neue Identität. Ihr seid befreite, erlöste Menschen in Christus. In Vers 7 sagt er, ihr seid vergeben. Euch wurde eure Schuld vergeben. Ihr habt nicht mehr den Status schuldig, sondern ihr habt nun den Status Vergebene. In Vers 11 sagt er, ihr seid Erben. Und darüber rede ich gleich noch mehr. Ihr seid Erben. In Vers 12 sagt er, ihr seid der Lob Gottes. Ihr als Gemeinde, ihr als Menschen seid nun der Lob, die Ehre Gottes auf dieser Welt. In Vers 13 sagt er, ihr seid versiegelt mit Gott. Worauf ich nun aber etwas mehr spezifisch eingehen möchte, ist im Grunde auf die Aussage, die Paulus trifft und dieser Gemeinde zuspricht, ihr seid Erben. Ihr seid Erben in und durch Christus. Er sagt diese Worte nicht im Rahmen einer Aufforderung. Nach dem Motto, ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr irgendwann das Erbe antreten könnt. Er sagt es nicht als Ermahnung, um zu sagen, jetzt müsst ihr euch mal anstrengen, um irgendwann das Erbe zu bekommen. Und das ist so ein bisschen anders, auch als manche Prediger und manche Theologen versuchen das umzudrehen, nach dem Motto, dass wir im Grunde jetzt in Christus oder durch auch das Pfingstereignis irgendwie sowas haben wie ein Ticket in den Himmel. Dass wenn wir irgendwann in den Himmel kommen, dann bekommen wir das Erbe oder dann bekommen wir den Heiligen Geist. Genau andersherum versucht Paulus deutlich zu machen, dass in und durch Pfingsten, durch dieses Geschenk des Heiligen Geistes hineingegeben in unser Leben, wir bereits als Erben eingesetzt worden sind. Nicht ein Versprechen auf die Zukunft, dass dann und dort irgendwas passieren wird, sondern dass wir hier und jetzt bereits den Segen des Himmels hineingelegt bekommen haben in unser Leben. Dieser Vers 13 und 14, den wir eben gelesen haben bei 12 und 13, wird eingeleitet durch Vers 3. Und ich lese uns mal vor, Epheser Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Paulus leitet diese ganze Passage ein, wo er darüber spricht, wir sind Erben, wir sind versiegelt, wir sind Kinder Gottes, wir sind der Lob Gottes, wir sind Vergebene, wir sind Erlöste. Leitet er ein mit diesem Vers, gelobt sei Gott, gepriesen sei Gott im Himmel, der uns gesegnet hat, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, den der Himmel aufzubieten hat. Mit anderen Worten, er verspricht uns nicht, dass wir irgendwann, wenn wir vielleicht in den Himmel kommen, einen Segen bekommen oder irgendwelche Geschenke dort oben auf uns warten, sondern Paulus rückt im Grunde in die Gegenwart hinein, dass wir bereits jetzt in Präsenz, in der Gegenwart eingesetzt sind und erhalten haben den ganzen Segen des Himmels. Und im Grunde überkarikiert er das oder überspitzt das im Vergleich zu dem, was Menschen dachten, was so Segen ist. Im Alten Testament lesen wir davon, wie im Grunde der Segen damit ausgedrückt, dass Menschen Geld haben oder dass Menschen Nachkommen haben oder dass es Land gibt. Alle Dinge, so äußere, materielle Dinge, die im Grunde als Segen im Alten Testament bezeichnet werden. Im Neuen Testament, wenn man das Wort Segen anschaut, dann gibt es nur ein Segen, der im Neuen Testament uns versprochen ist und das ist der Segen in Jesus Christus. Nicht der Segen, dass wir Geld haben werden. Nicht der Segen, dass wir Kinder haben werden. Sondern der Segen, den wir bereits haben, bekommen haben in Jesus Christus, der alle Schätze des Himmels und der Erde in sich vereint und der uns durch Pfingsten, durch dieses Ereignis, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, hinein in die Gemeinde, bereits in der Gegenwart uns zusteht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass während Paulus das versucht hier den Ephesern zu beschreiben, muss man wissen, dass diese Stadt Ephesus im Grunde damals die Bank des Mittleren Ostens war. Ephesus galt als eine reiche Stadt. Ephesus war im Grunde Hongkong, New York, London zusammen vereint. Ephesus war die reiche Stadt. Ephesus war, wo im Grunde Kommerz betrieben wurde. Ephesus, da gab es zum Beispiel den wohl prächtigsten Tempel des Altertums, den Tempel der Diana. Den Tempel der Diana, der im Grunde behangen gewesen sein muss mit Gold und Silber, wo Menschen aus dem ganzen Umgehen gekommen sind, um diesen prächtigen Tempel sich anzuschauen. Und im Rahmen, und ich stelle mir das im Grunde fast vor, dass diese kleine Gemeinde, das war keine große Gemeinde von vielen Menschen, das war eine kleine Gemeinde, dass sie hier dann dieses Schreiben bekommen von dem, was Paulus ihnen versucht weiterzugeben und sie lesen das und sie lesen davon, dass sie Erben sind und dass sie reich sind. Und ich stelle mir vor, wie im Grunde sie rüberschauen und im Grunde den Tempel dort sehen, den Tempel, der voller Gold ist und wo Götzenopfer gebracht werden und wo alles so reich ist, wo überall alle Leute hinkommen, um sich das im Grunde anzuschauen. Und Paulus versucht dieser jungen Gemeinde zu sagen, vergesst den Tempel, der da drüben steht, aus Gold und Silber. Ihr seid der bedeutendste Tempel. Ihr mit eurem Körper, ihr als Gemeinde seid ein Tempel Gottes. Wenn das Neue Testament mal mehr studiert, diese Theologie davon, dass Paulus versucht zu sagen, dass wir nun der neue Tempel Gottes sind. Der Tempel Gottes deswegen, weil der Heilige Geist eben in den Körper reingekommen ist. Der Heilige Geist ausgegossen wurde anfingst in unseren Körper hinein, ist der ultimative Tempel. Nicht ein Tempel aus Gold und Silber, sondern aus Fleisch und Blut. Geehrt durch die Gegenwart die Präsenz Gottes. Nicht als ein Ticket, ein Versprechen, irgendwann bekommt ihr etwas, sondern hinein in die Gegenwart. Das große Pfingstereignis, so würde Paulus sagen, ist, dass wir auf einmal überreich beschenkt worden sind. Überreich beschenkt. Und da waren Arme und da waren Reiche in der Gemeinde. Da waren solche, die auch ein bisschen Gold und Silber hatten und solche, die nichts davon hatten. Paulus sagt, alles Quatsch, alles können wir beiseite schieben, wenn wir verstehen, wie wir hineingelegt bekommen haben, die Gegenwart, die Präsenz Gottes, den Heiligen Geist hineingelegt bekommen haben in unser Leben. Das macht uns zu einem unschätzbaren Tempel, zu einem kostbaren Tempel, wir als Gemeinde, die wir hier zusammenkommen. Paulus sagt, ihr seid überreich. Ihr seid in Christus überreich beschenkt. Ihr müsst euch nach nichts ausstrecken. Ihr müsst nicht versuchen, irgendwelche frommen Übungen zu machen, um irgendetwas zu bekommen. Das haben auch manche Christen und manche kirchlichen Bewegungen ganz falsch interpretiert, die sich versuchen, nach auszustrecken, nach irgendwelchen Dingen, die sie versuchen, im Glauben zu erreichen oder zu bekommen. Völlig Quatsch, würde Paulus sagen. In Christus habt ihr alles bekommen, was ihr braucht. eine neue Identität, einen neuen Geist, neues Leben. Ihr seid Teil einer neuen Schöpfung. Punkt. Ohne, dass ihr etwas tun müsst. Ohne, dass ihr euch anstrengen müsst. Ein Erbe kann man sich nicht verdienen. Geld kann man sich verdienen. Aber ein Erbe ist immer, und das ist bis heute so, ein Erbe ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk, das man einfach anvertraut bekommt, ohne dass man irgendetwas dafür geleistet hat, irgendetwas dafür tun konnte. Das ist der Geschenk, das Gott an Pfingsten gesagt hat. Nach dem Tod, nach der Kreuzigung wird das Erbe ausgeteilt. Und das Erbe ist nichts Geringeres, als der Geist Gottes, der Tote lebendig gemacht hat, der Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. Dieser gleiche Geist ist hineingelegt worden in euch, in euren Körper, in euren menschlichen Körper, aus Fleisch und Blut. Und damit seid ihr Tempelskinder. Damit seid ihr Königskinder. Damit seid ihr reicher beschenkt als jeder andere und als alles, was ihr so äußerlich um euch herum seht. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt eine Frage stellen, und zwar, hast du das Erbe angetreten? Wie das so ist, wenn man ein Erbe bekommt, dann kommt auf einmal die Nachricht, ja, ihr habt das Erbe, aber man muss im Grunde das Erbe auch antreten. Also bei meinem Kia-Auto war es dann so, also wir haben die Nachricht bekommen, ja, Opa hat euch das Auto vererbt, jetzt bitte kommen und abholen, Schlüssel abholen, hochfahren nach Stralsund mit der Bahn, damit ihr das Erbe nun auch antreten könnt. Und in ähnlicher Art und Weise ist das auch mit Pfingsten. Die gute Nachricht ist, wir alle haben geerbt. So wie Christus gestorben ist für alle Menschen, so ist auch der Heilige Geist als Erbe für alle Menschen da. Aber man muss dieses Erbe auch antreten. Lasst mich schließen mit einer Geschichte, die mein Vater häufig erzählt hat. Und zwar davon, wie er vor einigen Jahren eine Reihe von Predigten gehalten hat in einer ländlichen Gegend und dort an verschiedenen Abenden Gottesdienste gehalten wurden und Menschen am Ende dieses Gottesdienstes auch immer eine Einladung bekommen haben, Gott persönlich kennenzulernen. Und nachdem sie wohl in diesem Dorf, in dieser ländlichen Gegend schon verschiedene, unterschiedliche Räume und Säle durch hatten, die dann immer zu klein wurden, irgendwann waren sie in dem größten Raum des Dorfes angekommen und es war tatsächlich die Kirche. So stellt euch eine kleine Dorfkirche vor, die im Grunde übervoll ist. Menschen aus der ganzen Umgegend sind gekommen, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Und an einem dieser Abende, als er gepredigt hat und dieser Gottesdienst stattgefunden hat, hat er am Ende des Gottesdienstes einen Aufruf gegeben, im Grunde Gott persönlich einzuladen, als den externen Gott nun hineinzukommen in unser Leben. Und er berichtet von einer Geschichte wie ein Bauer, ländliche Gegend, ein Bauer, ein Landwirt aus der Gegend, am Ende des Gottesdienstes seinen Weg nach vorne gemacht hat und Platz genommen hat neben dem Pastor, neben dem Prediger und angefangen hat zu weinen. Ganz bitterlich zu weinen, was eigentlich ganz untypisch aussah, weil dieser Bauer, das war so ein richtig kerniger Landwirt und das war eigentlich wohl nicht so ein leicht beseiteter Mensch, sondern wohl ein recht robuster Kerl mit ordentlichem Auftreten. Aber der saß dann am Ende dieses Gottesdienstes weinend in der Bank. Und mein Vater wusste nicht anders, als ihn zu fragen, ja, warum weinst du denn? Und dann hat der Bauer beschrieben und gesagt, dass im Grunde er ein gottesfürchtiger Mann ist. Sein Leben lang, so hat er beschrieben, hat er im Grunde jeden Tag gebetet. Mit der Familie um den Essenstisch herum ein Tischgebet gesprochen. Abends zusammen mit seiner Frau kniend neben dem Bett das Vaterunser gebetet und auch immer gebetet, dass Gott ihre Seelen errettet. sein Leben lang als gottesfürchtiger Mensch gelebt. Aber erst an diesem Abend im Rahmen dieses Gottesdienstes er zum ersten Mal verstanden hat, dass es einen Unterschied gibt, ein Gebet zu sprechen, kognitiv, intellektuell zu einem Gott, der außerhalb von uns ist, als dass es eine Realität und Wahrheit ist, dass wir Gott einladen können, hineinzukommen in unser Leben. Dass die Nachricht der Bibel nicht nur die ist, da ist ein Gott, zu dem wir ab und zu mal ein Gebet senden können, sondern dass die Nachricht der Bibel ist, insbesondere durch Pfingsten, dass Gott tatsächlich hineinkommen möchte als der Gott des Friedens, als der Gott des Heils, als der Gott der Vergebung, als der Gott, der uns freimacht, hineinkommen möchte in unser Leben. Und er zum allerersten Mal im Grunde ein Gebet gesprochen hat und Gott eingeladen hat, hineinzukommen in sein Leben. Die Geschichte geht so weiter, dass als er abends nach Hause kommt, er am Essenstisch auf seine Frau und auf deren Sohn trifft. Und die Geschichte sich so weiterentwickelt hat, dass wohl nicht nur der Bauer im Gottesdienst war, sondern auch seine Frau, aber weil es so eine vollbepackte Kirche war und sie sich verteilt hatten und irgendwie auseinandergerieben saß die Frau irgendwo ganz anders und wusste gar nicht, dass ihr Mann da ist oder dass ihr Mann nach vorne gegangen ist. Und der Sohn war auch in dem Gottesdienst, aber saß auch wo ganz anders. Und der Sohn war dann der Erste, der erzählte rund um den Abendessenstisch, dass heute der Tag war, wo er zum allerersten Mal Gott eingeladen hat, hineinzukommen in sein Leben. Und so eine ganze Familie, eine gottesfürchtige Familie, die schon viel gebetet hat, die schon häufig das Vaterunser gesprochen hatte, zum ersten Mal Gott eingeladen haben, hineinzukommen in ihr Leben. Und so ist, und möchte ich diesen Gottesdienst abschließen, die Frage am Ende, die gute Nachricht, die ihr gehört habt, ist, wir alle sind Erben, rechts und links sitzen neben dir überreich beschenkte Menschen. Wir alle haben ein Erbe, was mehr wert ist als 260 Milliarden, die in Deutschland dieses Jahr vererbt werden. Aber die Frage an uns persönlich ist, hast du das Erbe auch schon mal angetreten? Hast du tatsächlich auch mal dein persönliches Pfingsten erlebt, wo du Gott eingeladen hast, nicht nur als den guten Gott oder den Gott, den wir als Schöpfer des Himmels und der Erde so ab und zu anbeten, sondern den persönlichen Gott, der durch seinen Heiligen Geist hineinkommen möchte in unser Leben, dass er das auch tun darf? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, zum Ende dieses Gottesdienstes mit mir ein Gebet zu sprechen. Und es ist ein Gebet des Glaubens. Es ist ein Gebet nicht unseres Intellekts, sondern es ist ein Gebet unseres Glaubens, wo wir im Grunde uns öffnen können und sagen können, Gott, ich lade dich ein. Ich habe gehört davon, dass ich reich bin, dass ich überreich beschenkt bin, aber ich spüre das nicht. Ich empfinde das nicht. Ich möchte dich einladen, hineinzukommen, um mein Herz und mein Leben zu erfüllen. Ich möchte auch mit deiner Gegenwahl beehrt werden. Ich möchte auch Teil der Familie Gottes sein. Ich möchte nicht nur Beisitzer sein oder Verwandter, entfernter Verwandter, sondern ich möchte Kind Gottes sein. Ich möchte mit drin sein. Dann lade ich dich ein, möchte ein Gebet zum Abschluss dieses Gottesdienstes sprechen und ich stehe auch und andere stehen auch im Anschluss an diesen Gottesdienst auch zur Verfügung darüber zu sprechen, weil es gibt viele gottesfürchtige Menschen, die ich treffe. Ich treffe fast keinen, der nicht sagt, er glaubt nicht an Gott. Nicht hier in unserer Gegend. Rein mein Gebet ist doch wohl auch noch so weit verbreitet, dass alle sagen, ja, so an Gott, ja. aber es ist was anderes, ob du Gott eingeladen hast in dein Leben. Lass uns zusammen im Gebet sprechen. Lieber Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du nicht zurückgehalten hast. In Jesus Christus hast du dein alles gegeben hinein in diese Welt. Du hast dein Leben gegeben. bis hin zum Kreuz. Und was für einen höheren, was für einen höheren Preis könnte man bezahlen als den Preis des eigenen Lebens. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir davon, dass du da nicht einfach entschwunden bist nach der Auferstehung. Nicht einfach Himmelfahrt angetreten hast und weg warst du. Sondern wir lesen von Pfingsten. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist in Raum und Zeit, in der Gegenwart Menschen beerbt hat, Menschen beerbt hat, dass auf einmal aus verängstigten, trauernden, verzweifelten Menschen geisterfüllte Menschen wurden, die etwas erlebt haben, die erfüllt wurden mit deiner Gegenwart. Und ich bete darum, Herr, dass heute hier jeder, der Teil dieses Gottesdienstes ist und das du miterlebt hast, dass wir alle mit hineinstimmen in das Lob, zu dem du uns bestimmt hast. Nämlich das Lob, wo wir sagen, danke, 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 danke Gott, dass du mein Leben erfüllen möchtest. Und so lade ich dich nun ein, heiliger Geist, hineinzukommen in unser Leben. Räum du das auf, was aufgeräumt werden muss. Mach du da Licht an, wo es bei uns dunkel ist. Da, wo wir Angst haben, Herr, da spricht ein Wort der Hoffnung rein. Da, wo wir Schuld und Sünder auf uns geladen haben, da beten wir, dass deine Vergebung in uns hineinkommt. Da, wo wir kraftlos sind, bete ich für die Kraft vom Pfingsten, dass sie unser Leben erfüllt durch und durch. Amen. Amen.